Hallo, hier ist wieder Aileen für euch von fragmuti.de. Heute werden wir ganz einfach und schnell einen Eisbergsalat vorbereiten. Dazu nehmt ihr ihn in beide Hände, der Strunk muss unten sein und haut ihn mit voller Wucht auf die Arbeitsplatte. Ihr könnt ihn einfach rausnehmen, Salat schnibbeln und fertig. Einige von euch kannten den Trick bestimmt schon, der ist ja nicht mehr ganz so neu, aber er hat super funktioniert und ich kannte ihn noch nicht. Wir sehen uns bald zum nächsten fragmuti Video.